N. Carson, Ketten aus Schlaf. Wie soll man schlafen, wenn sie über hunderte Meilen hin spüre ich, wie dieser große Atem durch ihre rastlosen Decks streift. Riss, umgeheilten Riss, schlagen alle Glieder einmal an. So also geht es los, Mutter, auf diesem leeren Ozean. Hab Erbarmen mit uns, mit dem Ozean. Es geht los.